Herzlich willkommen zu den Online-News für den Monat November. Schön, dass Sie mit dabei sind und heute darf ich einen ganz besonderen Gast begrüßen, nämlich Christian Materne zum ersten Mal dabei. Also Ralf, ich freue mich erstens, dass du mich eingeladen hast. Ich muss sagen, du hast es hier sehr, sehr, sehr gemütlich. Für dich auch. Und jeden Monat mache ich als erstes tatsächlich, dass ich auf unsere Internetseite gehe, auf www.channel21.de und schaue mir die aktuellen Online-News an. Das ist meine erste Handlung im neuen Monat immer. Super und weil wir dem November schwerpunktmäßig deinen Produkten auch widmen, haben wir gesagt, da machen wir auch bei den Online-News ein Christian Materne Spezial, ein Weihnachtsgeschenke-Spezial mit tollen Geschenketipps und vielen, vielen mehr. Hast du Lust drauf? Ich habe richtig Lust drauf. Vor allem, ich glaube, so viele Angebote hat es echt noch nie gegeben. Dann gucken wir mal rein. Und wir beginnen mit wunderbaren Videos mit ganz tollen Produkten, die Sie wieder alle auch hier exklusiv schon bestellen können auf der Seite. Damit geht's los. Wow. Also ich muss sagen, wir haben ja tatsächlich gleich direkt am 1. November Just Pearls und da bekommen Sie ein mega, mega süßes Muschelkernperlen-Angebot. Wow. Die größten in der Original-Black-Orchid-Farbe, die wir jemals hatten, ist ein riesen Kundenwunsch gewesen. Eine der seltensten Farben überhaupt und das, was wir jetzt gerade sehen, das ist mein ältestes Muschelkernperlen-Kollier sozusagen. Mit diesem Collier hat vor zwei Jahren alles begonnen. Super. Das habe ich mal bei Just Brilliant präsentiert. Ja. Und dann wurde es ein Bestseller, mussten Sie zwei Jahre drauf warten, hat den besten Preis überhaupt. Sieht aber auch wunderschön aus und ist eine ganz tolle Geschenkidee, weil wir Männer den Frauen hier was schenken können, wo wir keine Größe wissen müssen. Und vielleicht schenkst du zum Nikolaustag das Armband und an Weihnachten dann das Collier. Hast du gleich zwei Geschenke. Ganz genau. Und wer mehr und näheres wissen möchte, am 1.11. geht es los, dann am 11 Uhr. Aber du hast ja noch mehr dabei. Aber kein Fasching-Scherz. Nein, nein, um Gottes Willen. So, gucken wir weiter. Gucken wir weiter. Also, weiter geht es mit dem nächsten Highlight. Und ja, Pflege von außen, die hast du ja auch besonders mit diesem Produkt. Da freue ich mich riesig. Das ist einmal im Jahr machen wir Black Orchid und wir haben wirklich nicht gewusst, ob wir es in diesem Jahr hinbekommen. Es gibt zwei absolute Produktpremieren. Einmal die Hals- und Dekolleté-Creme mit dem schwarzen Orchideen-Extrakt. Und dann, das sehen Sie gerade in der Mitte abgebildet. Darauf bin ich so stolz. Das ist mein stärkstes Black Orchid-Produkt, was ich jemals gemacht habe. Das ist mein Luxury Pearl Concentrate. Wow. Das ist unglaublich. In diesen großen Perlen, die Sie da im Konzentrat sehen, platzen die Black Orchid-Wirkstoffe frisch auf. Wow. Das ist die frischeste Black Orchid-Kosmetik der Welt. Und das wird natürlich mein Angebot des Tages. Und das erste Mal die Augencreme in der Achtung. Sondergröße. 14.11. haben Sie sich notiert. 20 Uhr geht's los mit den wunderbaren Pflegeprodukten Black Orchid. Wir gucken weiter. Und dann schmücken wir uns wieder mit diesen Highlights. Und da dürfen Sie sich auf ein ganz besonderes Set freuen. Das ist richtig. Just brilliant. Das sehen Sie gerade. Das ist ja meine Zirconia-Schmucklinie. Die erfolgreichste Schmucklinie überhaupt hier bei Channel 21. Da sind wir stolz drauf. Da bin ich sehr, sehr stolz natürlich drauf. Wo wir echte Brillanten imitieren mit einem Zirconia. Der aussieht wie ein echter Brillant, aber natürlich einen ganz, ganz anderen Preis hat. Alles ist echte Sterling Silber. Und wir haben diesmal das erste Mal dabei, Ralf. Bin ich sehr, sehr stolz. Eine Wahnsinns-Uhr ist für mich die schönste Uhr, die wir jemals gemacht haben. In einem Geschenkstet mit Armband, mit Ohrsteckern. Wirklich in dem Look der ganz, ganz teuren, großen Schmuck-Brillanthäuser. Eine super Geschenkidee. Auch toll in diesem Set zusammengestellt. Und genau so trägt man es vielleicht in diesem Jahr und Sie auch. Freitag, der 13. Soll für Sie ein Glückstag sein. Das muss ein Glückstag werden. Ab 20 Uhr geht es los mit unserem Geschenketipp. Der 3102815, wenn Sie sich jetzt schon mal registrieren möchten. 13. Hälfte geht es los um 20 Uhr. Und wer dann ein bisschen mehr möchte von dir, der kriegt auch ein bisschen mehr, Christian. Ja, ein bisschen viel mehr, würde ich sagen. Also es kommt tatsächlich dann eine absolute Weltsensation. Also das habe ich selbst in über 20 Jahren Homeshopping noch niemals präsentieren dürfen. Ich bin sehr, sehr stolz darauf, in meiner Kollektion Private Diamonds, den ersten Einkareter. Das ist wirklich ein Einkarat-Brilliant. SI keine Einschlüsse. Perfekte, exzellente Schliffgüte. Und für so einen Stein alleine zahlen Sie normalerweise Minimum 9.000, 10.000 Euro. Bei mir gibt es einen Spitzenpreis. Den möchte ich noch gar nicht verraten. Wir verraten noch nicht so viel. Sie schauen ja eh schon im Internet. Da sehen Sie den Preis bestimmt. Und es sind 585er Gold. Das ist wirklich das Angebot meines Lebens. Kann ich wirklich sagen. Und wie gesagt, am 21.11. um 21 Uhr notieren Sie sich das und überlegen Sie vorher schon mal, was es Ihnen wert ist, vielleicht so eine Kapitalanlage auch zu tätigen. Richtig. Wenn Sie jetzt sagen, Mensch, da war aber viel Schönes dabei, kann ich die Sendung nochmal sehen. Na klar, Sie können gerne nochmal an den Anfang der Sendung gehen und können sich alles anschauen, was wir für tolle Geschenketipps haben bei unserem Weihnachtsgeschenke-Spezial mit Christian Materne. Und einen gucken wir uns aber noch schnell an. Nein, unbedingt. Ich weiß ja, die Jade lieben Sie alle ganz besonders. Das ist ja ein Edelstein, den Ralf Achtung, selbst Kleopatra und Nofretete schon verehrt haben. Und wir haben hier ein traumhaftes Kugelkollier mit der seltenen roten Jade, mit der noch selteneren weißen Jade. Die Farben. Mit der luxuriösen schwarzen Jade und natürlich auch ein passendes Abendband, ganz klar. Angebot des Tages. Am 22.11. kann man sich sehr gut merken. Es ist ein Sonntagabend um 20 Uhr. Da begrüßt Sie dann Christian Materne mit dem Edelsteinzauber und dann eben, wie gesagt, mit dieser farbenprächtigen Jade. Also ich freue mich schon auf die Vorweihnachtszeit. Ich hoffe, Ralf, du auch, Sie zu Hause auch. Und schreiben Sie uns doch mal auch gerne, was Ihnen am besten gefallen hat. Das Schönste in der Vorweihnachtszeit finde ich immer, dass viele Marzipan. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Das ist Body Balance. Ich darf mich recht herzlich bei dir bedanken. Ralf, es war super. Ich hoffe, ich darf mal wiederkommen. Na klar, dann lege ich noch ein bisschen mehr Holz auf den Kamin. Sehr schön, damit es schön warm wird. Das war's, vielen lieben Dank und danke auch Ihnen fürs Einschalten und Zugucken. Und wenn Sie Lust haben, gucken Sie sich, wie gesagt, gerne nochmal alles an. Das waren die Online-News für den Monat November. Tschüss. Tschüss.